ah ok egal brauche ich nicht weiter geht's da dann noch raum da dann noch raum ok denn da doch so viel noch egal ich hab das schon und jetzt kann der nächste was ging inklusive so ein hässliches ding da unten oh mein gott nein bitte nicht habe ich da irgendwas schönes für ne dann werde ich den mal einfach so besiegen wahrscheinlich stelle ich mich dann mal hier so hin was war jetzt los wieso hängt das so ein bisschen wenn die da rauskamen beziehungsweise ein bisschen zeitlupe schade die werden kommen auch noch steine hinterher geflogen ich denke mal war das dass das doch das war ich denke mal war das dass das doch das war zweite bosskampf alles klar die sollte ich jetzt schneller besiegen weil ich das master schwert habe habe ich jetzt einfach mal so geschlossen dass ich die dadurch schneller besiege oh mein gott oh mein gott oh mein gott so 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 oder auch schon alle drei ich denke mal das waren drei oder ich kann nicht mehr zählen ich weiß es nicht und weiter geht's so 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 oh mein gott mach doch mal Prozent 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 hallo Da komme ich wohl so normal nicht hin, denn werde ich es mal so machen. Okay. Äh, ich darf kein Pfeil verballen. So. So, 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 das Piepen geht mal langsam auf den Arsch. Wo, 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 wo. Oh mein Gott, nein. Hap ist durch, hap ist durch. So, wo bin ich denn jetzt schon? Da, okay, da hoch, rechts, rechts, bla bla bla. Äh, ja, ha. Oh, okay. Dann da, dann da. Okay. Es geht voran. Oh, ich muss auf Energie achten. Oh, komm, 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 jetzt schon. Ey, nee. So. Geht doch. Geht doch. Ich hab's. Ralf. Yo. Okay, und ich habe Herzen dazu bekommen. Jetzt hab ich fünf Herzen. Das sollte doch reichen. Äh, ja. Mit Schwung geht das schon. Muhaha. Na komm doch. Na komm doch. Na komm doch. So und durch der Zackzackzackzackzackzackzackzackzackzackzack... Ja, ok, nochmal kurz gucken, da ist auch so ein Ding, am besten natürlich mit Can of Sumaria das Ding da genau in der Mitte hinpacken, ich glaube eher weniger, dass das geht. Nö, denn eben, oder, oh, erst mal die Dinge hier entfernen, es ist doch mal was anderes als wieder, äh, als immer nur jetzt, alle Leute in einen Raum zu killen. Ja, ok, ich habe schon einen Schlachtplan, der als erstes unter dem Uhrzeigersinn, ok. Ich benutze aber die Feuerwort. Jetzt lauf! Ja, ok, perfekt! Ich habe es geschafft. So, wo komme ich jetzt denn hier hin? Ok, in die nächste Ebene und dann da und dann durch, 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 zuck, zuck und dann nach links und dann nächste Ebene wieder, ok. Theoretisch ganz einfach, aber ich weiß ja nicht, was in den Räumen auf mich zukommt, ok. Ok. Hm. Was? Ich kann, ich, ich kann die Dinger dadurch gar nicht anzünden. Na dann. Ok, ich muss jetzt einfach hier auf, auf Glück, irgendwas. Ich weiß auch nicht, was ich kann das nicht anzünden.